Mahlzeit! In diesem Video kochen wir uns heute mal was Leckeres zusammen und zwar habt ihr das garantiert schon mal im Fernsehen gesehen, wenn Leute in Filmen so durch die Gegend brennen, also die Stuntmänner und ihr dazu schon mal so eine Doku gesehen habt, dann ist das ja meistens immer so eine Brennpaste, die sich die Leute dann so an den Körper dran kleistern, unten drunter haben sie noch so eine Schutzkleidung, damit sie nicht vollkommen verbrennen und dieses wird dann angezündet und sowas ähnliches kann man auch, wenn man dann will, auch zu Hause machen und zwar habe ich hier von der Firma von www.lkwgefallen.de, nein nur ein Scherz, man muss sich ja hier alle selber kaufen, das ist jetzt hier Cien, aus dem Lidl ist das jetzt, gibt es aber auch in eurem Supermarkt eurer Wahl, ist das hier so Hygiene Handgel und dieses Hygiene Handgel hat so den super Vorteil, dass hier Alkohol drin ist, meistens ist das Ethanol und Ethanol, kennt man ja, ist ja brennbar und dieses können wir uns jetzt auch so zunutze machen, dass wir so einen ähnlichen Effekt ja zu Hause machen können bzw. ich mache das, also wenn ihr das machen wollt, wie gesagt immer auf eigene Gefahr, ich rate dazu eigentlich meistens immer ab, aber muss ja jeder selber wissen. So, ich verbereite das mal hier vor, ist eigentlich relativ simpel, ich schütte das hier einfach mal hier so auf den Tisch jetzt hier drauf, so eine ordentliche Packung und dieses wird natürlich dann mit einem Feuerzeug, das benötigen wir auch wieder angezündet, weil ihr kennt ja das Motto brennen muss es, es muss brennen. So, jetzt mache ich hier allerdings erstmal die Lampen hier so ein bisschen dunkler, damit man auch überhaupt etwas sieht. Oh, da ist ein bisschen viel gewesen. Ich zücke das jetzt mal hier an, weiß nicht, ob man da jetzt schon was sieht, also man sieht ungefähr so eine kleine Flamme, ich mache es jetzt mal ganz dunkel, ja jetzt sieht man das und wenn ich jetzt mit der Hand, also hier ist jetzt, also hier ist jetzt meine Hand, die tunke ich jetzt einfach mal hier so da rein und mal gucken, was passiert. Ja, die Flamme geht aus, super Effekt. Naja, wie gesagt, deswegen Lifehack, hier ist alles live. Ich habe es jetzt nochmal angezündet und gehe jetzt nochmal mit der Hand jetzt hier so da drüber und mal gucken, was dann passiert. Langsam da drüber. Ah, man sieht, ah, der Finger, es wird doch ein bisschen heiß. Ich nehme mal noch ein bisschen. Man sieht, ah, das ist mein Finger. Also es wird ein bisschen heiß. Ich hatte dieses Gel vor auch noch so ein bisschen in den Kühlschrank reingetan. Also man verbrennt sich nicht, weil zuerst wird also der Alkohol innerhalb des, ja was ist da sonst noch drin, da ist noch Glycerin, also innerhalb des Glycerins wird es verbrannt. Beziehungsweise, ja, wird herauskristallisiert, wird verpufft und erst dann kommt es erst zur Haut. Sprich, es wird eigentlich nur heiß. Zu einer Verbrennung kommt es eigentlich erst nicht, nur wenn alles vollständig abgebrannt ist. Aber man sollte trotzdem vorsichtig sein. Ja, das war es auch schon bei diesem lustigen, heiteren Video für heute. Macht immer, wie gesagt, immer eine Menge Spaß und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.